Ich filme alles, aber ich kann es nicht hochladen. Geil, ne? Ist doch egal, ob du auf meiner Privat was machst. Ich mach jetzt mal einen Rundblick. Hi! Tag! Ja, weil die erst noch nicht weggefahren sind. Wenn ich es nochmal hochlade, dann müssen wir alle. Der hat mir mein Heft untersucht und meinte dann, so scheit doch kein Nummer. Oh mein Gott. Ja, du hast eine sehr feministische Streitweise, ne? Ja, ganz. Ist doch nichts Schlimmes. Ist doch nichts Schlimmes. Und dann meinte einer meiner Büsse, Herr Lehrer, ich sitz neben dir. Der schreibt wirklich so, als sei es was ganz Schlimmes. Was schreibt man da rein? Hallo, tschüch, danke für den Stift. Oder so. Was? Was man da jetzt reinschreibt. Hallo, danke für den Stift. Und das war's, danke. Schreib irgendwas rein. Ich schreib irgendwas rein. Ich schreib irgendwas rein. Oder zeichne einfach rein, wenn du kannst. Nein. Aber das hatten wir heute schon, ne? Der Himmel ist heute aber schön, oder? Ja. Das ist es. Ich kann über die Schönheit der Smokoff von Düsseldruck. Okay. Das ist doch mal die Idee. Du hast einen Ausdruck. Herrlich. Wie ist das blau versaut? Ja, das ist wegen dem Dinger, wegen der Sommer. Der dreht uns selber auf die Füße. Oh, eine Sandbrille. Oh, ich hab sie nicht. 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 Okay.